Vers 24 Yontasukuntar Aramas Tatantar Jyotir Evaya Sayogi Brahma Nirvanam Brahma Bhutto Dighajati Ja, jemand der. Antasukha, glücklich im Innern. Anta Arama, aktiv im Innern genießend. Tata, wie auch. Antajyoti, nach innen gerichtet. Eva, gewiss. Ja, jeder. Sa, er. Yogi, ein Transcendentalist. Brahma Nirvanam, Befreiung im Höchsten. Brahma Bhutto, auf der Stufe der Selbstverwirklichung. Adhi Gachati, erreicht. Jemand, dessen Glück im Innern liegt, der im Innern tätig ist und im Innern Freude erfährt und dessen Ziel im Innern liegt, ist wahrhaft der vollkommene Mystiker. Er ist im Höchsten befreit und letztlich erreicht er den Höchsten. Erläuterung. Wie kann man, solange man nicht fähig ist, Glück im Innern zu kosten, aufhören, in weltlichen Beschäftigungen nach äußerem, oberflächlichem Glück zu suchen? Ein Mensch auf der Stufe der Befreiung genießt Glück durch tatsächliche Erfahrung. Er kann sich daher an jedem beliebigen Ort schweigend niederlassen und die Tätigkeiten des Lebens von innen her genießen. Solch ein befreiter Mensch begehrt nicht mehr äußeres materielles Glück. Diesen Zustand nennt man Brahma-Bhuta. Und wenn man ihn erreicht, ist es sicher, dass man zu Gott nach Hause zurückkehrt.